Wie anders könnte ein Tag im Zeichen der Natur eingeleitet werden, als im Glauben. Das Almlamfest 2013 wurde mit einem stimmungsvollen ökumenischen Gottesdienst eingeleitet. Wie wichtig es ist, mit unserer Natur zu leben, wurde an diesem Tag eindrucksvoll demonstriert. Glaubensvertreter und Politik mahnten in ihren Worten zum Bewusstsein, dass unsere naturgegebenen Ressourcen begrenzt sind. Mit dem Almlam-EU-Leader-Projekt und dem Skiberghauser Keibling ist ein solcher Schritt in die richtige Richtung gesetzt worden und er wird gelebt. Ein großartiges Projekt, das Nachhaltigkeit demonstriert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir innehalten, dass wir denken, was in der Natur passiert. Wir leben ja mitten in der Natur, in den Bergen, mit den Tieren. Ohne dich und ohne Hans Resch gab es dieses Projekt am Hause Keibling mit. Und viele, du hast es erwähnt, sind natürlich mitverantwortlich dafür. Das sechste Steirische Almlam-Fest, natürlich irrsinnig wichtig für die Region, aber speziell wichtig für uns in Hause im Enztal. Da muss man dazu sagen, es ist wirklich wieder ein Fest der Einheimischen. Wir sind einfach so gut aufgestellt in Hause im Enztal, dass wir vom Schaf- und Ziegenzuchtverband über die Landjugend, über unseren Bauernbund miteinander in Unterstützung der Gemeinde, Unterstützung von der Hauser Keibling Seilbahn und natürlich auch vom Tourismusverband so ein großes Fest als reine Gemeinde, aber als schöne Blummenschmuckgemeinde alleine ausrichten können. Wir von den Hauser Keibling Bergbahnen sind sehr stolz über das EU-Leaderprojekt Almlamm, hier bei unserem Hauser Keibling. Es sind auch die 800 Schafe bei unserem Hauser Keibling, gemeinsam mit dem Schäfer Simon und den Hirtenhunden. Das ist sehr, sehr wichtig von uns, weil ich sage immer, die Schafe sind im Sommer unsere Pistenpullis, die die Pisten beweiden und das ist sehr, sehr wichtig. Ein Hauptgrund ist, dass man Erosionen vorkehrt, gerade die Unwetter, die meistens im Sommer bei uns sind, die starken Gewitter, starke Regenfälle, das beugt vor. Und zum anderen haben wir ein Highlight mit dem Almlammfest, was bereits zum sechsten Mal stattfindet. Mehr als 4.000 Besucher bei 40 Grad Hitze. Da bin ich besonders stolz, dass wir das zusammengebracht haben. Ich habe mich 2012 beim Steirischen Schafzuchtverband bewahren, eben als steirische Wollkönigin, weil es ausgeschrieben war. Nachher sind ein paar Bewerberinnen gewesen und da hat der Schafzuchtverband entschieden, wer jetzt eine Wollkönigin wird. Und das Glück habe ich gehabt und jetzt stehe ich da. Ich bin selber Züchterin für die Roland-Braune Bergschaf. Ich bin auch Jungzüchterin, Sprecherin im Verbund drinnen. Die Schafzucht sind für mich mein Hobby, meine Freizeit. Also ich habe sehr großen Bezug darauf. Also ich bin sehr, sehr erfreut, dass die steirischen Schafbauern diese große Aktion hier im Hauser Kaibling umsetzen. Das ist eine Vorbildaktion für ganz Österreich, wie man auf natürlichste Weise extrem gelegene Skihänge abweiten kann und dann praktisch auch keine Lawinengefährdungen haben kann, keine Rutschungen haben kann. Also das ist wirklich etwas, was man weitertragen soll. Es ist natürlich keine leichte Aufgabe für den Schäfer, weil der hier auf vieles verzichten muss auf einer Alm. Aber mit seinen 800 bis 900 Schafen hat er natürlich hier einen fulminanten Rasenmäher installiert, der wie gesagt auf das schaut, was man eigentlich braucht. Eine wunderbare Naturlandschaft, eine schöne touristische Gegend und Haus im Enstol und natürlich die gesamte Enstol-Region lebt von dieser Schönheit der Landschaft. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer und daher begrüße ich dieses Projekt außerordentlich und unterstütze es natürlich auch. Simon, du bist der Schäfer von den Schafen. Wie viele Schafe sind es bei dir in der Herde? In der gesamten Herde sind es knapp 700. Davon habe ich ca. 100 Stück oben am Berg gelassen. Die sind oben in den höchsten Höhen und die fühlen sich dort wohl. Die brauche ich auch nicht ständig beaufsichtigen. Und da sind ca. 600 Stück jetzt herunten. Also das Projekt ist jetzt im sechsten Jahr, mit mir im vierten Jahr. So schlecht kann es nicht sein, sonst würde ich nicht das vierte Mal schon wiederkommen. Wir sind da am Hause Kaibling. Wie gesagt, das Projekt wurde 2007 begonnen, 2008 das erste Jahr mit Schafen hier am Berg. Läuft noch dieses Jahr im Sinne des EU-Leader-Projektes hier am Hause Kaibling. Und wir bewirtschaften die Pisten und die Almgebiete oben nachhaltig. Das heißt, es wird nicht gemäht und geschlögelt mit großen Maschinen und viel Diesel-Einsatz. Sondern die Schafe mähen das ab, festigen die Pisten, festigen den Boden, düngen und hinterlassen die Pisten besser, als sie sie vorgefunden haben. Und man sieht jetzt einfach im Laufe der Jahre einfach schon, um wie viel sich viele Flächen verbessert haben. Und je dichter der Boden ist, desto mehr Humus drauf ist, desto weniger ist die Gefahr von Hangrutschungen, Vermurungen und so weiter. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich die niederösterreichische Waldkönigin Victoria Hunter aus Weidhofen an der Teier. Ein Treffen der schönsten Königinnen aus den verschiedenen Sparten unseres Landes war ein weiteres der ungezählten Highlights an diesem herrlichen Tag im Zeichen der Natur. 900 Schafe umrahmten ein Fest unter blauem Himmel und voll Fröhlichkeit. Musikkapelle, Kindertanzgruppe, eine Modeschau und die eindrucksvolle Präsentation der tollsten Produkte aus Schafwolle ließen den Tag im Flug vergehen. Musik Mögen noch viele derartige Projekte folgen, die uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, mit und niemals gegen die Natur zu arbeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020